Ist es die Augen an dich? Lammus! 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 Oh, das kann... Lawine? Lawine! Wann ich denn? Du musst mit dir hauropotieren! Warte mal, welche Attacken hab ich denn? Entschuldigung. Po-po-po. Ne, ich lasse den auch. Okay, Wasserwild! Wasserwild! Hoppa! Woppa! Quapuzzi! Oh, ich will diese Schnecke da haben. Wie heißt sie? Amonitas. Ich will die Schnecke. Juhu! Nein. Juhu-gong ist viel besser, aber Juhu ist auch süß. Wo ist Mopsi? Mopsi gibt's hier noch gar nicht. Ja, mein Quapuzzi! Wieso gibt's hier Mopsi noch nicht? Es ist zwar schwächer, aber es ist ein episches Kumpass. Ich möchte ein Mopsi! Quapuzzi, Quapuzzi, Quapuzzi. Ich hab ne Spirale auf dem Bauch. Ich kann ja auch ne Spirale auf dem Bauch mal ein bisschen. Ich bin Naruto, der hat auch so ne Spirale auf dem Bauch. Ich hol' ein Mopsi! Oh, ich hol' ein Mopsi! Oh, da ist schon mal Juhu! Ich möchte ein Mopsi! Sternduuuu! Genau! Sie reden davon! Sie reden! Aber das stimmt ja irgendwie, ne? Sterndu fahren irgendwie voll so die Kämpfer-Stimme. Echt, Mann! Stammies auch. Du bist leicht tot! Ja ich weiß. Du leuchtest! Rot! Ne, Gerog neb' ich lieber nicht. Hallo! Kuschel, 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 Kuschel. So! Ich hab ne Rassel am Hintermauern. Kalidau! Rambazamma Affengeil Leute, ob ich es glaube oder nicht, dass es ein Brettspiel ist Rambazamma Affengeil Wow, wo kommt ihr denn her? Kaputzi Army! Assailation Army Oh, ey! Gegeben Oh, dumm. Du, dumm. Dumm. Laubine! Oh, süß, guck mal wie ich meine Arme bewege! Oh mein Gott, ich watsche! Aquapu! 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 Ein Blau? Was ist denn Blau? Hä? Ja, mein, ist blau. Hä? Sausenschutzge... Das hatte ich ja noch nie. Ich auch nicht. Ich kenne das nur, dass sie lila sind. Ist das so? Irgendwie ist das ein bisschen schneller. Ich kenne das nur, dass die Schrift lila ist, aber blau hatte ich ja noch nie. Ui! 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 Oh, 420! Oh, wie geil! Was? Ist grad ein Käferangriff? Ampelhäun! Oh, süß! Wie heißt die? Schilllock! Schill... Schiller! Oh, ich bin Konfusion! Oh, was ist das denn? Du bist Konfusion! Ich bin... Ich bin... Ach, scheiße! Ich bin konfirmiert! Nein, auch falsch! Ich bin... Du bist konf... Ja... Ich bin verrückt, so... Oder du bist konfus! Ach so, ja... Guck, danke! Ich bin Konfusion! Nööööö... Amos, Torst! Die Dinger sind auch voll geil! Stop! I'm starting! Bist du dumm? Oh, sag mal... Scheiße, das sind mir zu viele! Wo ist mein Elektag? Oh, Nö! Nicht Erholung! Bist du hässlich?! Das macht man doch nicht hier! Oh! Geh mir schnell mal die Elektag, Wetter! Ich will meinen Amos! Gott, ey, Mensch, schnell! Elektag! 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 Oh fuck! ELECTRIC! Ich hau hier alles gut! Schocktherapie! ELECTRIC! Yeah! ELECTRIC! 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 Schilluck schilluck schilluck! ELECTRIC! Konfusion! Schwing! Bist du grad abgereiht? Ja bin ich. AUSTOS! Oh das ist auch zu toll! Ah meins! Ich könnte mich echt nicht entscheiden, was ich nehme. Also ich mag voll gerne Wasser-Tokomons! Und Eis und Drachen und Feuer! Cool! Guck mal! Oh, Aurora-Strahl! Guck mal, was kann denn meins? Oh, das find ich geil! Was meins kann? Gift-Spitzen? Nee, Kingler! Oh mein Gott, ein Kingler! Der ultimative Mr. Krabsie Ball! Alter, ich kann Einspitzen schießen! Ich hab mich grad überlegt, ob ich die da stecke. Die Attacke ist auch geil! Pass auf! Ja! Oh, Aurora-Strahl! Rosanna, Rosanna! Rosanna! Bitch! Ah, meine Rosanna! Rosanna ist eigentlich voll die Bitch, findest du nicht? Rosanna! Schiff blau! Nimm's dir! Nimm die Bitch! Was kann's denn? Knutschen! Formt und duplex! Blubber! Ah, ne, ich nehm's Schirr! Es kann Blubber und Agfa knallen! Blubber! Rosanna, weil es andere Leute abknutschen kann! Nee, es hat ja nicht mal Bitterkuss drauf! Oder Todeskuss, oder... Ach, jetzt kannst du viele Kusser tanken! Tor, Tor! Ich hab nen riesigen Kopf! Und... Ach, grad was im Kopf gehabt! Egal, unwichtig! Ohlalalalalalalalalalalalalalala! Äh, das ist ja nie wieder! Alter, wie ich's am wegdeckelt! Wow! Oh, warte mal, da können wir nochmal schluck! Schluck! Die kam voll! Wow! Alter! Schluck! Was hat dich weggeblastet? Nein, nicht weggeblastet! Und nicht ganz! Oh! Ah, ich mach dich jetzt blöd! Alter, es rennt immer weg! Ich bin schon ängstlich, was? Ah! Alter, sei froh, dass du mit mir verwandt bist, Alter! Ah, nein! Ich bin schon wieder... Ich bin schon wieder konfirmiert worden! Ähm... Du bist schon wieder konfirmiert worden! Oh, ey! Wo lauf ich hin? Scheiße! Jogum! Oh, Mann! Austausst! Jogum! Warte! Ich bin schon wieder konfirmiert worden! Ich komm nicht! Ich komm nicht! Oh, ich bin schon wieder konfirmiert worden! Nein! Sag weg, Mann! Ja, wie denn wenn nicht oben unten ist und links ist und links ist und links und links und so ne... Sag es nicht, wir sind tot! Natürlich, sie wird tot! Weil du schnell kaputt gehst! Ich bin kaputt! Und ich kann mich nicht bewegen, weil du zu weit oben warst! Oh, sie hat mich das Ding mit so einer scheiß Tickel-Attacke niedergebet! Oh, süß! Guck mal, steht hier im Junge raus! Ah! 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 Das ist ein Shiny! Oh mein Gott! Nana, du hast ein Shiny-Quapuzzi! Geile Sache. Ich wundere mich gerade so. Das sieht doch irgendwie genau gleich aus. Alter, wie episch! Oh man! Yeah, ich hab nie will grinsen. Die brauchen immerhin ne Sonnenbrille, weißt du nicht? Ja, ne Sonnenbrille! Oh süß! Ich hab blaue Wangen! Bitch! Das ist Sahne! Das ist Sahne! Scheiße, jetzt dürfen wir das Ganze nochmal? Wir könnten da jetzt eigentlich schon rein, aber ich glaub das lassen wir, ne? Weil wegen... Wir wollten in jede Welt. Okay, ähm... Ich würd sagen, wir rüsten uns hier von voll epischen Pokémon aus und dann holen wir das Gehto. Oh mein, ich muss kurz das Kopf. Warte mal, wo ist das Epi-Quapuzzi? Ich will mal was mit Faustos. Nicht echt Minecraft-Volz. Nein, okay. Eisperr und Auro... Eisperr und Auro... Eisperr und Auro... Neh, Milch! Wir können ja erstmal in die Feuerwelt rein! Äh, das ist ja scheiße, was ist das? Keine Ahnung, ich glaub Heuler, oder? Warte mal, ich guck mal. Drau sind drinnen oder die Waldbäuer. Ja, wir haben hier auch Geld. Kraftreserve. Ist das gut? Je nach Typ anders. Mach mich nichts anderes. So, ich würd sagen, wir gehen zuerst in die Feuerwelt, weil... Moment, aber ich bin hier Eis, das wäre nicht so voll. Ach, ich würd schon schiefgehen. Ja, okay. Abweilen. Ich spieß die auf. Gluck mal, ne? Was? Ich blässe die voll weg? Piu-piu! Die Dinger sind so klein, als dass man sie treffen könnte. Ja, irgendwie schon, ne? Ah, Gott, komm schon. So viel Peanuts. Wir müssen aber trotzdem gleich nochmal den Endgegner holen. Ja, ich weiß. Echt, da bläst ich uns dieses Torquen-Torquen-Down. Torquen-Torquen. Ich wette, das hat irgendwie Aqua-Hauptgez eingesetzt. Die Lamaren, ne? Wunder Wasserfall, ne? Du meinst Kaskade. Nein, Wasserfall. Nein, Wunder-Mains. Was? Ja, mach mal. Komm schon, komm schon. Komm schon. Du wirst doch gefangen werden. Nicht du. Och, komm schon. Wunder ist eben nicht so einfach. Ja, ich auch nicht. Aber trotzdem gehe ich immer mit. Mann. Ach ja, wie schön. Wie kann ich mich über Potten wegen? Ich hob hier die ganze Zeit, oder was? Ja. Aber ich bewege ja auch nicht mal meine Hände. Na, guck mal, da hast du drei Stück. Viel Spaß. Und ein Kickli. Okay. Ja, und ich hab zwei Arme. Ja, komm schon. Oh, ey, das gibt's doch nicht. Komm, einer von euch. Ja, Mann. Ja. Ja, Mann. Okay, jetzt hat Nana ihr Lieblings-Torquen. Lady-Yam. Lady-Yam. Ruck-Zuck-Kieb und Brüller. Bei Brüller, da rennen die alle weg. Boah, ich brülle euch jetzt alle an. Ich mach dich fertig. Und Nona ist voll das schöne Brülle. Ja, ich... Glutexos! Oh, ich liebe dieses Brülle. Glutexos! Ich will ein, ich will ein, ich will ein! Du nimmst dir, du nimmst dir! Vier und letzter. Oh, ich hab's weggebrüllen! Warte mal, Karatschlag. Ich glaub, der kratzt vor ihr und fuß. Ne, ich hab grad richtig Spaß. Du solltest ihn direkt poeren! Waaah, haha, das macht voll Spaß irgendwie! Yeah, wir kirgen die Pumpe. Check-so! Boah, das ist mal Spaß? Und Nocchan! Nocchan, Nocchan und Kikli. Kiklan! Kikli! Kikli und Nocchan. Kiklan und Nocli. Nein, nein, nein. Kikchan und Nocli. Nocli find ich gut. Nocli. Klingt fast wie Nocchi. Nocchi, gracias. Alter. Wir brauchen mehr individuelle Sprüche. Wir können nicht immer alles wiederholen. Das ist nicht akzeptabel. Fake. Ich brull euch jetzt an. Wie soll? Alter, du blästest die mit deiner Stimme weg. Ja, ich bin Sankt. Ich bin Sankt Talent. Und ich kick die Leute mit Füßen. Mit Füßen getreten. Nein, mit den Händen. Das ist doch gut, wenn wir so viel Geld haben. Besonders, ich frag mich. Zurück mir an. Die wollen sich vielleicht auch mal was kaufen. Die gehen auch in den Supermarkt und sagen. Jetzt einen Apfel. Ach was ich bloß verstehe. Die stehen manchmal bei jedem Spiel. Da stehen die vor dieser Slotmaschine. Und versuchen eine gute Attacke zu erlernen. Um da irgendwie eine TM zu bekommen. Und jetzt auch Bluwack, ey. Oh, wie süß. Das hat zwei kleine Zähnchen. Und da frag ich mich erstens. Einige Pokémon, die haben nicht mal Daumen. Wie wollen die das Geld in diesen Automaten da reinbekommen? Ohhhh, war immerhin genug. Alter, Leck! Alter, Leck! Sag mal, stoppst du mich? Ich kratze jetzt die Augen aus. Oh, komm! Au! Jetzt hat sich nur die Wand geschweudert. Ich kratze den Rücken. Scheiße! Ich muss hier weg! Ass! Oh, verdammt! Ähm. Was sagen, wenn du jetzt tot gehst? Wart auf mich! Wow! Was hat das denn gemacht? Es hat mich angefackelt! Es hat nur so voll gemacht! Und dann war ich tot! Was war das denn? Ja, das haben wir ruhig, aber es war allem egal. Alter, voll Barbecue! Das war jetzt irgendwie nicht fair! Irgendwann nur so, ich mach die fertig und mach das nur so zittert. Und dann angepustet sind und dann war ich weg! Jaaaa! Feel the power of Luba! Ey, ist das Ding hässlich, oder was? Yeah! Oh, den Schaden! Ist das irgendwie so'n... Micky, Micky! Das ist ruhig! Juck! Vierlinge? Wo waren's von? Keine Ahnung, wie man erzählt! Ähm... Was ist ein bisschen dabei? Ähm, warte! Geh doch erstmal wieder zum Schwarzmarkt und verkauf Park nur Texas! Ja, ich glaub auch! Ich krieg mir ein bisschen Geld! Warte mal! Ähm, Winona nicht! Ist das Haus miteinander? Ja! Ist das ein Shiny? Steht das da irgendwo? Aber der... Der Profilname... Achso, ja! Kann blitzschnell fortbewegen! Es kann die... Ja! Es hat einmal ne Fähigkeit, weil sein Name bunt geschrieben ist. Und dann das Blaue... Dann ist das ein Shiny! Oh, wie geil! Ja, das willst du wahrscheinlich nie verkaufen, weil es Blau ist! Ne, es ist ein Shiny! Weißt du wie? Ich hatte noch nie! Noch nie in diesen verkackten Spielen Shiny! Das ist nicht verkackter... Nein, nicht ganz! Hä? Oh, sag mal! Steuerung! Steuerung! Ja! Warte mal! Ähm... Wahrscheinlich haben wir später so viele Pokémon, dass wir sowieso die alten verkaufen wollen! Denk mal! So, warte mal! Einglute! Wieso ist es grün geschrieben? Hä? Was hat denn jetzt schon wieder grün zu bedeuten? Sieht das anders aus als die... Sieht das anders aus? Nö, ne? Nö, nicht wirklich! Es ist grün! Achso, da! Äh, nein! Da steht... Es ist grün! Ach, ich frag einfach nicht! So, äh... Dann nehmen wir... Drachen... Was? Es hat aber Drachenblut! Mh... Ach, Mann! Kratzer und... Okay, das kam weg! Visa Knopf, Teckel und Rankenhieb, Kugelsaat und Bodycheck... Um... 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 Hmm...